Grüß dich Holger, wie geht's? Ach, ich hab mich vorhin wieder so geärgert. Stell dir vor, mein Chef hat sich meinen Plan immer noch nicht angesehen. Ach, reg dich doch nicht auf. Und dein Chef beruhigt dich dann schon wieder. Und jetzt amüsieren wir uns erstmal, ja? Na gut, aber irgendwie fühle ich mich fertig nach alledem. Ist es in Ordnung, wenn ich schnell nach Hause gehe und mich dusche? Wir können uns dann direkt in der Kneipe treffen. Nee, dann gehe ich auch zuerst nach Hause. Warte, Martina hat sich erkältet und Erich hat sich gestern schon wieder beim Fußballspielen verletzt. Und rasiert habe ich mich heute auch noch nicht. Gut, wenn wir uns beide beeilen, schaffen wir es bis um halb sieben. Aber zieh dir was Warmes an, dann können wir draußen sitzen. Sonst erkältest du dich auch noch. Okay, okay, du hörst dich an wie meine Mutter. Mensch, die hat ja heute Geburtstag. Also, ich beeile mich dann, aber es wird wohl schon sieben werden, ja? Gut, um sieben in der Krone. Okay, bis dann. Für mich Heyer Sehr gut, danke. Vielen Dank.